willkommen bei lapinos ihr habt schon gesehen am wochenende er kann kein live stream es gab technische probleme zum beispiel ich hätte kein internet mehr geht schlecht immer wenn man auch noch ein stromausfall dabei wenn man kein strom hat gibt es auch kein internet auf wo der strom war da war wieder hatte ich probleme mit dem internet es hat zumindest nun gereicht mit dem internet die videos hochzuladen ist dann kann man kein live stream und ich habe es vergessen in den beiträgen einzuschreiben das kann leisten stattfindet das ist auch problem für mich gewesen ich habe es vergessen dass in den beiträgen zu schreiben ja jetzt kommen wir zum nächsten thema ihr werdet oben links eine große große fläche sehen oder jetzt hier im bild ich weiß nicht wir werden es ja sehen wer es hier produziert noch ja wenn ihr diese fläche sieht ich weiß nämlich nicht was ich erbauen sollen wenn ihr eine idee habt dann schreibt es in den kommentaren zumindest das wäre am besten da kann ich mich sehen was ich war bauen soll gerade immer studie da fehlt ein blog rechts mit meinem blog sehe ich muss ich später den technischen leid die baufirma fragen ob die mir da sind block der entpacken können das ist halt beste qualität das war's mit latinos wir sehen uns beim nächsten mal so